Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten FIFA 18 Video und wie ihr schon hier sehen könnt, ist es Montag und es zeigt die Quad Battle Rewards abzuholen und wir gucken mal rein, ich bin hoffentlich wieder Elite 3, genau so sieht es aus und das ist sehr gut, das ist sehr gut, ich habe mich nachher nicht mehr gespielt und es hat trotzdem gereicht, das ist sehr gut, 3 Packs, ich habe noch ein 4. Pack, denn ich habe ja noch eine SPC gemacht von diesen komischen Crew Champions Dings von Manchester United, Manchester genau, Manchester, wo es am Wochenende stattgefunden hat, dieses und das eine Set davon können wir noch ziehen, die anderen Sets habt ihr schon gesehen in anderen Pack Openings zu den Man of the Match Karten und wir fangen mit dem 15k Pack mal direkt an, ohne große Umschweife, gehen wir in die Packs, denn ich will Packlack haben nochmal wieder, endlich nach langem. Okay, 50k Pack mit dem Selten ist ganz okay, ganz solide, hätte schlimmer sein können, Coleman 81, ja die 25k Pack, mal gucken ob sie Glück bringen, oder auch nicht, das haben wir hier feines Nix, Überragendes, aber nehmen wir natürlich erstmal alles mit, Rest wird abgestoßen und die doppelten Spieler kommen auf die Tanzierliste, das können wir abstoßen, genau, und die kommen auch später verkaufen, vielleicht bin ich ein bisschen verkoint, so, ich mache das dann so und das eine Prime Set da, was wir durch die letzte SBC bekommen haben, ziehen wir als letztes, und es gibt eine Wall, England, rechter Flügel, Sterling, wow, 84er, das ist so gut, genau, das, ähm, ja, Prime Set ziehen wir als letztes, wollte ich sagen, da kann man die Wall gerade dazwischen, nehmen wir natürlich alles so gerne mit, die doppelten auf die Tanzierliste, und das ist doch eigentlich recht solide für die Packs, die nächste 25k Pack, wenn jetzt noch eine Wall rauskommen, dann bin ich total zufrieden, aus vier Packs, und, ja, da kommt noch eine Wall, ey, das ist, das ist, das ist krank Spanien, rechter Flügel, das ist, ja, zufrieden, ich kann zufrieden sein, ist nicht verkehrt, hier die Packs, heute, und den Rest stoßen wir ab, und dann hier ins letzte Set, ist halt heute mal sehr kurz, aber egal, dafür habe ich dann vielleicht sogar noch eine dritte Wall, Ja, das sieht doch aus wie eine Wall, genau, sehr gut, sehr gut, Portugal, äh, scheiße, egal, kurzes, knackige Video, 3 Wall, kann man mit zufrieden sein, kann man mit zufrieden sein, für die Packs, sehr gutes Pack Opening, theoretisch gesehen, auch wenn die Spiele nichts wert sind, aber die Packs sind so umsonst, und, ja, hoffe es hat euch gefallen, auch wenn es ziemlich kurz war, und wir sehen, im nächsten Video wieder, bis dann, und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.